Ist er, ist er dead? Ja, glaub schon. Oder Ancantius. Er liegt vor der Tür. Alter, grad noch AFK gewesen. Soll ich dir den... Check doch mal den Namen, wer ist denn das? Oh, schon wieder. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja, erzähl mal ein Geheimnis. Als du AFK warst, guck mal hier rein. Oh. Ist schon einer reingepusht. Und es war derselbe. Oh, es war derselbe. Ja. Dute Draco. Ich würd sagen, dann warten wir einfach auf weiteren Content, oder? Ist der Dute Draco nochmal kommt? Der bringt mir immer eine Waffe mit. Vielleicht können wir das dann irgendwie im Gespräch klären, weißt du? Der hat immer eine Waffe dabei, krass. Ja, der hat immer eine Waffe dabei, weißt du? Wirst du auch einer? Du, ich bin auch ganz gut ausgestattet eigentlich schon. Ja, ich bin auch schon double carried hier. Was ist das? Läuft. Ja, gut. Nice. Nice. Ey. Alter, bist du so sozial, ey. Du bist so asozial geworden. Geh doch weg. Geht das überhaupt? Nee. Oh. Au. Hä? Hä? Was ist das für ein Game? Muss ich näher ran, oder was? Ich glaub, die Hitbox ist so... Oh Gott. Verliegst du Leben? Au. Nee, irgendwie nicht. Verliegt man kein... Warte mal. Komm mal her. Was, Mann? So, hast du Leben verloren? Ein Pfeiler. Ach so. Digga. Alter, ich lieg am Boden. Ja, und? Wie ehrenlos bist du geworden, Mann. Was, Mann? Pass mich der DC-Community an. Was willst du von mir? Ach, Anpassung. Ah, Mann, wird ich selbst asozial. Ja, wahrscheinlich mit Warngewalt, oder? Geh weg jetzt, Mann. Okay, perfekt, ey. Oh, okay. Hier ist einer. Was macht der? Wo kommst du denn her? Moin. Moin. Wer bist du denn? Bodo, moini, was geht? Moin. Bodo. Bodo mit dem Bagger. Alles klar, Mann? Hört ihr mich? Hi. Hi, Bodo. Ja, hi, moin. Hörst du uns? Ja. Spring doch mal, wenn du uns hörst. Hörst du uns? Ah, hörst du uns? Nice. Hört ihr mich nicht, oder was? Doch, wir hören dich auch. Doch, klar. Aber irgendwie hören wir dich, du uns, aber wir reden nicht miteinander. Voll traurig. Ja, irgendwie schon. Daisy Stanlon 1 and 2. Was machst du denn? Ja, ich hatte gerade noch ein Video an. Deswegen habe ich euch nicht so ganz mitbekommen. Ah, okay. Killen in 3. Was treibt der denn? Schluss mit Friendly, oder? Naja. Weiß ich nicht. Mal gucken, was los ist. Und dann läuft uns hier ein ziemlich gut equipter Typ mitten in der Pampa über den Weg. Naja, ziemlich gut. Das ist relativ, ne? Ja, ach, naja. Guck doch mal. Eine Mosin, Alter. Ja, what the fuck. Und was ist du denn auf dem Weg? Guck mal da, ich schenke euch eine Mosin. Oh. Oh, das ist aber sehr nett. Dankeschön. Wow. Also da greife ich sofort zu. Einfach. Oh. Oh shit, da braucht jemand Hilfe. Let's go. Ja, da muss ich den mit Hilfe müssen gehen. Viel Spaß mit dir, Bodo, Mann. Hau rein. Danke dir. Ciao. Let's go, Bro. Let's go. Oh shit. Wir helfen den Schwachen. Wir killen die Bandits. Da ist schon wieder die OP-Waffen, wie sie auf Bambis schießen. Wir sind die Ordnung und das Recht. Wir sind die Ordnung und das Recht, ja. Gleich werden wir wieder mit Füßen getreten, ich sag's dir. Ja, nice. Bodo, tschö. Mit dem krassen Equipment. Grüße gehen raus an Bodo. So ist es. Nehmen wir euch da mal ein Vorbild dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Pavlovo, oder? Wir gehen rein, mal gucken, was da abgeht. Nice. Yo, Bro. Genau, da liegt schon der Erste im Gras. Shit. Was machen wir? Von hier kamen die Schüsse, ne? Sondieren gehen, schnell den Namen checken. Wir haben hier Kevin. Sondieren gehen, sondieren gehen. Kevin, Kevin wurde ermordet? Kevin wurde ermordet. Von einem Unbekannt, wo ist denn der jetzt, der Mörder, ne? Ja, das ist schwer zu sagen. Vielleicht irgendwo auf den Felsen oder auf dem Krankenhaus wieder. Sollen wir da mal kurz reinpushen? Krankenhaus, denke ich, ist immer was los, ne? Nur mal kurz abchecken, dass safe ist. Ich gehe einfach gerade rein. Das ein oder andere erlebt. Ist nichts unten. Krankenhaus Massaker incoming, meinst du? Ich gehe hoch. Krankenhaus Massaker 2.0, ihr Leute. Jede Woche jetzt ein Krankenhaus Massaker. Apropos Massaker, hast du halt schon vorbestellt? Ach so. Ja, natürlich. Ach so. Ah, sehr, sehr gut. Ja, denn du bist der Sohn. Der Sohn einer... Ach so, nein. Ah. Lieber kleiner Cut, bevor es eskaliert. Und auch dein Sohn eine... Ja, lieber Cut machen, ja. Ich habe nur ein Zombie hochlaufen sehen. Wo? Da, wo ich hin aime, den Hügel hoch. Ah, okay. Links vom Tor. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt normal bewegt hat oder ob dir irgendeinem Player folgt. Das ist über Leichen, Mann. Ach du Scheiße. Meinst du, wir legen uns gleich dazu? Ich habe jetzt ein Aggro? Ja, ich sehe es. Genau, den Zombie habe ich gerade gesehen. Und gut, hier oben ist nichts. Was ist es, ey? Hier sieht es auch noch safe aus. Meine Güte, ey. Wow. One-Shot-Dead-Ass vor dir. Ich sehe es. Der Zombie-Agro. Der hat den einen oder anderen Hit kassiert, aber es ist halt nicht ganz so easy. Oh Gott, es laggt übelst. Es laggt übelst. RIP. Ja, es ist echt RIP. Ich muss pushen. Ja, er hat noch einmal geblutet, aber hier ist einer drin. Warte, ich droppe mir hier direkt den Vektor, dann kannst du ihn wegholen. Wo ist einer drin? Da hinten. Guck mal, wie verdächtig der steht mit dem Rücken zur Tür. Oh, lol. Wollen wir rein und reden? Drei, zwei. Überfall? Hallo? Hallo, das ist ein Überfall. Was geht? Leg all deine Sachen auf den Boden, bitte. Ich habe nicht mal einen Mac drin. Oh Gott, ich sehe es. Oh. Bedienlich, ich aim auf ihn. Oh, na, hat sich da aber eine Menge dabei, wa? Hast du alles? Also beschweren kann man sich da eher weniger. Hast du die kleine Waffe? Ich aim auf ihn, damit er nicht abhaut oder so. Ja, ist gut. Hier, es nehme ich noch mit. Ja, das wäre es, oder? Alles klar, reicht. Dankeschön. Tschö. Danke für deine Kooperation. Du darfst weiterleben und in Frieden rum. Ciao. Komm schnell raus, Bro. Ich mache die Tür zu. Oh. Nice. Und jetzt holen wir mit dem ergatteten Equipment. Kannst du schießen? Ähm, nee. Warte mal. Shit. Diesen Voll-Equipment dort in der Elberrack. Hast du eine Harni? Doch, ah, ich habe eine Sekdias mit der einschießen. Let's go. Jetzt gehen wir zum Voll-Equipment. Oh, nee, er aimt schon auf uns zurück. Oh, shit, der Voll-Equip, der aimt schon. Es gibt direkt Rache. Scheiße. Scheiße, Mann. Der hat sich echt ohne Worte ergeben, ne? Der hockt da einfach. Yo, Bruder, bist du noch da? Kannst du reden? Nee, okay. Kannst du schießen? So ein bisschen. Das reicht. Pass auf, wir haben einen Feind, der ist drüben im Tower. Und den müssen wir jetzt stürmen. Und dafür brauchen wir deine Hilfe. Ja, Mann, deine Hilfe. Eisenchriss. Nice. Klingt vielversprechend, oder? Richtig stabil an, Mann. Komm, let's go. Bist du ready? Ja, er ist zu allem bereit, Mann. Waffe in die Hand. Komm, let's go. Let's go. Erst ausrauben und dann verbünden, Mann. Ich schwöre, Mann, wie so ein Zauberer. Eben noch hart überfallen. Und jetzt kämpft er an unserer Seite. Ist echt so. Die Tür unten ist offen. Ist irgendwo rausgerannt? Jetzt weiß ich doch nicht. So, Eisenchriss, zeig mal, was du kannst. Wieso läuft der nur? Ich weiß nicht. Geht's rüber? Go, go. Ich seh nichts. Noch seh ich nichts. Eisenchriss verhält sich verdächtig, Mann. Okay. Ich guck mal hier rein. Ja. Okay, er kommt. Achtung. Siehst du was? Nichts. Nee, drin ist nicht in der L. Vielleicht immer noch ATC drin? Möglich, möglich. Leiter? Oh mein Gott, really? Alle? Keine Ahnung. Wir müssen es probieren, oder? Ja. Obwohl, warte mal. Erst mal lieber Rocket checken hier. Und weggesniped in drei, zwei, eins. Ja, meinst du? Aber es kann nur einer die Leiter hoch, ne? Let's go. Ich geh hoch. Ich geh vorne rein. Safe? Safe, ja. Wo ist Eisenchriss? Weiß ich nicht. Alles klar. Hat sich schon verabschiedet. Nice. Äh, oben ist nichts. Oh, ich glaub unten. Flur ist clear, Flur ist clear. Ich bin in der Mitte. Ja. Oben ist auch nichts mehr. Oben ist auch nichts mehr. Ach so. Ah! Ach du elendige. Wo ist der jetzt hin, der Gilly? Ich hab keine Ahnung. Du hast ihn vorhin gesehen. Ja, du auch, oder? Shit. Kleiner. Hallo? Oh Gott. Hallo? 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 Wer verbindet? Ach so. Hallo? Wieso verbindest du dich? Ja, hallo. Hallo? Äh, seid ihr friendly? Wieso blutest du? Generell, mann, wegen Leiter. Okay. Oh mein Gott. Ja, weiß nicht. Habt ihr gerade auf mich geschossen? Oder weil, irgendwie hat der ja einer von euch runtergeschossen? Äh. Ähm. Wir sind gerade ins Gebäude reingepusht, weil wir hier ein Gilly gesehen haben. Bist du, bist du der Gilly? Ja, ich bin ja. Nicht schießen, bitte. Ich bin friendly. Ah, okay. Weil du hast uns geaimt gefühlt. Ach, du bist unten, hä? Ja, ich, ja, ich hab halt nur geguckt, ob ihr hier rein seid. Ich hör dich aber oben, ne? Okay, ja, das ist komisch. Soll ich hochkommen? Ohne, ich vertraue dich jetzt einfach mal. Das ist gerade echt ein bisschen strange, ja. Können wir dem vertrauen? Wie dumm ist das denn gerade? Willkommen in DayZ. Ja. Ja, danke schön. Ach so. Das ist unser erster Abend hier im Game. Ah, ja. Und wollten das Game mal auschecken. Würdest du sagen, dass die DayZ Standalone generell Spaß macht? Oder geht so? Na ja, also, meine Erfahrung sagt eher, na ja. Ja, ne? Perfekte Einstellung. Deswegen ist das ein bisschen blöd jetzt. Ja. Ja, braucht ihr irgendwas? Ich hab ja noch eine Mosin dabei. Die brauch ich eigentlich gar nicht. Ja, die brauch ich. Aber ich hab halt keine Munition. Aber neben war da auch noch einer da hinten. Aber der ist irgendwie weg. Ja, vielleicht ist der mit uns hier rüber. Von dem musst du ein bisschen aufpassen. Ach so, ja, gut. Der ist sehr verdächtig. Eisenchriss heißt der Bruder. Wenn du den siehst, dann zöger nicht zu lange, ne? Okay, ja. Ich hab ihm gezögert. Er hat mich aber auch im Leben gewissen. Ja, vielleicht das zweite Mal nicht. Da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Ja, gut. Sollen wir weiter? Ich glaube, hier haben wir alles geregelt, oder? Können wir mal an. Ich dachte, es hinkte mir her, als ich hier einen von euch gesehen habe. Deswegen war ich ein bisschen vorsichtig eben. Nice. Alles klar. Wir ziehen mal weiter. Sollen wir schießen oder machen wir? Würde ich schon sagen, oder? Ich könnte schießen. Sein Ernst. Warum hast du geschossen? Sein Ernst. Einfach so. Wieso musste sich eigentlich ein Frame vorher, bevor ich schieße, bewegen? Kannst du mir das mal sagen? Das kenne ich, das kenne ich. Kannst du mir das mal sagen? Das kenne ich zu gut, ne? Das ist unglaublich. Ja, das ist aber keine Seltenheit. Das ist unglaublich. Das ist wirklich keine Seltenheit. Wo ist denn der jetzt? Weiß ich nicht. Du bist da doch, oder nicht? Ich stehe nicht mehr. Oh mein Gott, really? Ja, der war auf irgendeiner Baracke. Sollen wir mal Feuerwehr gehen? Ja, ja. Ja, ja. Okay, okay. Ich warte auf dich. Ja, ich bin hier. Sorry, Leute, es ist ein bisschen warm. Ich kann kaum reden. Es ist übelst warm einfach. Mit dementsprechend nur Energie. Alter, du Bastard. Alter, du Bastard. Oh, sorry. Oh Gott. Ich wollte nur einmal. Nice. Jo, wenn man sich tut, trifft es nicht. Ey, geiles Game. Richtig gut getroffen, Bro. Gut gefixt. Ja. Das ist natürlich in der 1.13-Safe gefixt hier von Bohemia. Immer, wenn du so redest, sterbe ich meistens direkt danach. Ja, pushe da doch nicht einfach hin. Die wissen doch, dass wir kommen. Was willst du da machen? Späude anschauen. Ja, geh doch mal rein hier. Ich bin doch schon drin. Was ist so? Ich pushe hoch, Digga. Ich schaffe das schon. Ja, pushe halt hoch. Ich bin tot. Interessiert dich das Ergebnis? Deutschland, Portugal? Nee, juckt mich gar nicht. Man muss sagen, wir sind sehr große Fußballfans. Und spielen, anstatt uns das Game anzugucken, die Daisy Standalone. Ja, Fußball guckt mich echt ganz, ganz wenig. Daisy Standalone ist da natürlich eine würdige Alternative. Natürlich hier. Ach so. Wo ist der jetzt? Hallo? Ich weiß es nicht. Kleiner Cut. Ach so. Ja, gute Idee. Was ist los? Wo getroffen? Von wo? Keine Ahnung. Hier schießt irgendwo einer rein. Wo bist du denn jetzt gerade? Feuerwehrtum war hier oben. Ja gut, das kann natürlich wirklich von überall kommen, ne? Ja. Aber gut getroffen, aber nicht schlimm. Wo wurde ich getroffen? Ins Bein. Oh, ins Bein. Das hätte auch ins Auge gehen können, Bruder. Ins Bein? Wie kann das denn sein? Ach, komm, hör auf. Ach, von wo? Ja, von wo? Keine Ahnung. Ich chill hier drin, bis er reinpusht. Klassiker aus dem Prison raus. Müsste man eigentlich mal sondieren, ne? Oh Gott. Sondieren. Na, na, ist liebes Wort, ne? Mir gefällt das Wort sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dir nicht? Oh, geht. Okay, Bewegung. Er läuft jetzt gerade durch das Military Camp. Oh. In Richtung Hauptstraße. Alter, krass, wie weit man mit der Kamera rauskommt, ist richtig freudig. Sollen wir mal hin? Ja. Let's go. Let's go, oder? Military ist hier gesehen, ne? Ja, ja, genau. Hier jetzt in die Richtung, in die wir auch gehen. Achtung, RIP. Drei, zwei, eins. In Richtung dieser Straße ist er gelaufen. Ach so. Ist so die Frage. Wo der hin ist, der Bruder? Hallo. Ach so. Ach, Alter, diese Zombies, ne? Ey. Patch die doch endlich raus. Ach so. Ach, Survival-Game. Survival-Aspekte, natürlich. Ja. Hier drin ist ein toter Zombie. Verdächtig. Mhm. Das heißt, der war hier drin. Oder ist er drin? Oh mein Gott. Die Tür ist zu, Bro. Was bedeutet das bloß? Ich weiß es nicht. Elbark ist safe. Meinst du? Die Tür ist nicht zu. Die ist offen, aber gut. Hier ist keiner. Ja, das ist richtig. Achtung. Du hast die Räume gar nicht gecheckt, ey. Meine Güte. Du bist auch immer unzuverlässiger, ne? Ja, stimmt. Ja. So. Wo ist denn der jetzt? Ich weiß es nicht. Die ganzen Meldungen, die sind nerven so hart, ne? Da ist noch ein toter Zombie. Da ist noch ein toter Zombie. Vor dir ist er doch. Ne, das ist jemand anders. Hallo. Wer ist das? Weiß ich nicht. Der geht ins Double. Ist er friendly? Ich weiß nicht. Der ist jetzt im Double drin. Hast du das gesehen? Ja, der ist drin. Vielleicht gehört er zu dem anderen. Wo ist der? Wo ist der? Vor dir, Mann. Kill ihn. Warum? Ja, warum denn nicht? Ich dachte, friendly. Du sagst, der pusht. Was ist los? Was macht der jetzt? Hallo? Hilf mir. Wo ist denn der jetzt? Wow. Wow. Auf mich wird geschossen. Ja, ich weiß. Ich sehe ihn. Ich bin im Haus. Ich bin im Haus. Ja. Shit. Was ist los? Was ist los? Ich weiß es nicht. Haus ist clear. Haus ist clear. Bambi, befolgt mich. Ja. Hat einen Hit. Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung. Ich bin gleich tot, glaube ich. Scheiße, Bruder. Komm rein, komm rein, komm rein. Warum kommst du rein? Ich habe Angst. Ach, du hast Angst. Ja, dann ist okay. Duck dich. Duck dich. Einer habe ich angehittet. Die gehören zusammen, die beiden. Ja, na? Der eine mit Gilly, der andere Bambi. Ja. Also Bambi-Klamotten, ne? Richtig. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Direkt um unser Haus herum. Okay, Zombie rennt zum Braunhaus neben uns. Ja. Okay. Ich sehe einen von denen. Und? Nee, ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe durch den Baum geschossen. Ah, die Bäume werden natürlich wie Steine behandelt. Richtig. Stimmt, macht Sinn. Einmal Waffen sortieren. Okay, Bro. Bist du bereit? Immer, ja, klar. Ach, immer. Für was eigentlich? Ich weiß es noch nicht genau. Ich versuche, den gerade nochmal zu spotten. Nicht nötig, die kommen. Really? Jo. Scheiße, Mann. Sollen wir reden? Weiß ich nicht. Sag doch mal was. Nee. Hab einen gekillt. Gut. Gut job. Der ist sauer, ich gehe hoch. Von wo kommen die Schüsse? Ich glaube, der andere hat noch Zombie-Probleme. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ich habe gerade irgendwas auf der Straße gesehen. Der ist Richtung Norden. Okay, muss kurz reloaden. Ja. Sonst kann ich mich gleich nicht mehr wehren. Das wollen wir natürlich nicht an der Stelle. Richtig, denn wir wollen ja hier überleben. Ich sehe nur die Zombies hinpushen. Wo genau? Hier irgendwo hinter dem Haus muss das sein. Das Haus oder nur noch eins weiter. Oder nicht? Dürfte nur noch einer sein, ja. Riskieren? Weiß ich nicht. Kommt einer rein? Nein, Zombies, Zombies. Haben die Akku auf dich? Ja, irgendwie schon. Wir könnten raus, links rum und dann ums Haus. Weißt du? Ja, komm. Jetzt? Weiß ich nicht. Ich hätte hier noch einmal eine Info, ne? Okay, let's go. Tod. Ach, laber nicht rum. Laber nicht rum, oh. Laber mal nicht rum. Wir können trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Den einen haben wir ja schön ausgeschaltet hier. Jetzt müssen wir noch den zweiten schnappen. No. Oh. Und, ich sag, das machen wir einfach. Der wird safe in einem Haus gammeln, ne? Entweder in dem hier oder eins weiter. Ich denke eins weiter. Ich hab ihn einmal gehittet vorhin. Ja, hier scheint er nicht drin zu sein. Hier oben vielleicht? Ja, da hinten sind Leichen. Das Haus ist ein heißer Kandidat, würde ich sagen. Ja, das ist echt ein heißer Kandidat hier. Und? Die Tür ist offen, die Tür ist offen. Okay, okay. Mach sie zu. Oh, nice. Ach so. Kleiner Kart. Perfekt. 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 Was? Alter, bist du taub oder was? Ja, warst das nicht du? Nee. Mit was? Mit einer Aug? So, ja, stimmt. Klingt schon ein bisschen anders, ne? Er kommt. Du hast recht. Mach die Tür auf, oder? Ja, lass aufmachen. Ist eigentlich besser für uns, ne? Wenn die Tür offen ist. Ja, irgendwie schon. Einmal checken. Oh, 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 der ist fool, der ist fool. Oh mein Gott, ich bin so tot, Leute. Der ist fool, meinst du? Der kommt gleich mit seinen Noob-Waffen und schießt durch Wände. Das stimmt, durch Wände und Tür und pass auf von hinten, ne? Ich guck mal so ein bisschen in Richtung Double. Wie er geguckt hat, ne? Achtung, er hat versucht, mit seiner OP-Waffe... Oh, er hat sich durchzubehängt. Ja, ja. Pass auf, lass ihn... Ich mein, wir sehen ja theoretisch, wohin er ist, ne? Äh, wir müssen buschen langsam. Du hast recht. Siehst du, wo er ist? Ja, oh, oh, beide sind zwei. Hast du ne Nate? Ne, ich hab nur ne Smoke. Die hilft uns eigentlich nicht. Siehst du, siehst du ihn? Ja, beide. Das ist eigentlich ne super Headshot-Pose, die wir hier haben, ne? Also, dass wir einen landen können. Hat auf jeden Fall Hit. Da ist ne Nate. Überlebe ich hier? Ja, ich überlebe. Komm hoch, komm hoch. Shit, ich bin leer, ich bin leer. Halt die in Schuss. Ja, ja. Wahrscheinlich in Schuss. Achso. Einer kommt, Achtung. Der spielt noch ne Mac nicht. Er hat wieder so... Alter, geht da ab, Junge. Völlig übertrieben, ey. Oh, wieso? Ich hab... Ich hab keine Uni mehr. Nein, oh Gott. Sechs Schuss. Er killt mich durch den Schrank. Er killt mich durch den Schrank. Was, Mann? Ich bin bewusstlos. Das Game. Ja, das sind wieder die größten Noob-Waffen, Alter. Ich bin tot. Ja, lächerlich, Mann. Ja, schlecht halt. Hier, Leute. Liebe Freunde. Ja gut, so ist es. Wir haben noch Gags vorbereitet, oder? So ist es nun mal, Leute. Wir holen uns auch mal die größten Noob-Waffen. Und ich würde sagen, wir haben noch zwei Gags vorbereitet. Und ich fang einfach mal an, meinst du? Ja. Nice. Und zwar hab ich hier einen von Kalitu. Und der schreibt, mir wurde letztens mein Taschenrechner geklaut. Damit hätte ich rechnen müssen. Oh no. Er hätte echt damit rechnen müssen eigentlich, ne? Ja. Aber ich glaub jetzt nicht im Sinne von, er hätte das vorher wissen müssen, sondern... Nee, er hätte mit dem Taschenrechner rechnen müssen. Genau, aber jetzt fehlt er ihm ja. Er hätte damit rechnen müssen. Jetzt kann er damit nicht mehr rechnen, halt. Oh, geil. Nice. Du hast auch noch einen? Ja klar, von Deadman. Also Dad wie Vater, nicht Dad wie Tod. Oh, mit strenger Fahrtermine, so wie Pizzaboo. Ach so. Ach so, Pizzaboo. Hashtag Gag. Wie nennt man es, wenn die Friseure wieder öffnen? Lass mich nachdenken. Ah. Ah. Ich komme einfach nicht drauf, Mann. Ein Comeback. Wegen Come? Wegen Come. Vor drei Monaten, by the way. Hatten wir ihn nicht auch schon mal? Weiß, nee. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach so. Ja. Aber ich glaube, es gibt so eine Grenze, unter der alle Gags gleich schlecht sind. Das kann man gar nicht mehr differenzieren. Nice. Aber trotzdem mein Highlight immer. Ich hab hier noch einen Bonus-Kommentar. Oh mein Gott. Ja, hier von Laser. Möchte das ich vielleicht denn? I don't know. Und zwar schreibt er. Ich gucke euch, seit ich 15 bin, jetzt bin ich 21. Ich liebe die Kummer, wie ich von euch beiden habe. Selbst noch nie der Sieg gespielt. Sehr, sehr gut. Bitte behalt das bei. Schaue aber nur, weil ich euch beide liebe, weiter so. Nice, Bruder. Geil, das ist natürlich ein Kommentar, da geht mir das Herz auch auf. Auf jeden Fall. Ach so. Sechs Jahre dabei. Sechs Jahre dabei, das ist schon krass, ne? Also, dass wir sechs Jahre das Game schon zocken, das ist eigentlich auch hart, ne? Ja, gut, bald De-Install zusammenhören. Großes De-Install-Invent. Event. Können wir gerne machen. Schleiche Event, oder? Event. Es ist zu warm, Digga. Es ist einfach zu warm. Es ist zu warm, die Daisy Standalone. Das Gehirn ist einfach völlig fertig. Ja. Ja, aber krass, sechs Jahre, Digga. Ja, geil. Zwischen 15 und 21. Ich glaube, er hat sich selbst besser weiterentwickelt, als sich die Daisy Standalone, oder? Das ist ja kein Zucker... Das ist natürlich kein Zuckerschlecken, da hast du nach Recht, Bruder. Und dann würde ich sagen, ich kann kein Wort mehr ineinander rein. Ich auch nicht. Ich kann auch gar nicht mehr denken. Warum hier einen Kleinkart, oder? Ja, besser ist es immer ein Abfahrt. Weißt du das? Siehst du das? Vom Turm... Oben, ne? Wo oben? Auf dem Hangar. Hangar-Turm? Ja. Scheiße. Kannst du mit irgendwas schießen? Nee, er amt auf dich. Ja, natürlich. Gott, ist ja schlecht, ey. Oh, Mann, ey. Also, wäre ja schon cool, wenn wir mit irgendwas schießen. Er hat einen Crash. Er hat einen Crash? Er hat einen Crash. Woran siehst du das? Da oben hat einen Crash. Woran siehst du das? Er hängt. Ist das fair, wenn wir da jetzt hingehen? Natürlich. Er schießt auf Bams und macht KOS. Man sucht mich einen Scheiß. Oh. Hast du gelesen? Die installieren jetzt gerade irgendwas zu Primetime. Nice. Als ob. Ja, doch. Irgendwie Code-Log-Update oder so. Cool. Hilf mir. Da ist er. Ich sehe ihn. Ja, ja. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Hat Hit, hat Hit. Nice. Ich glaube, der hat keine Muni mehr. Es lag gerade übelst. Er ist hingefallen. Er ist hingefallen. Oh, nice. Erstmal nehme ich ihm die Waffe weg. Endlich. Er hat eine Menge Waffen am Start, muss man sagen. Ich komme gleich wieder. Ich gucke mal, ob der dead ist. Ich glaube, der lebt noch. Was hat der denn alles? Was ist denn los mit ihm? Wir nehmen ihm erstmal alles weg, womit er irgendwie Schaden anrichten kann. Vektor auch noch. Der hat alles, was das Bambi-Herz begehrt, ne? So krank. Okay, Bohrmaschine. Gönn dir. Ihm auch. Survivor 4 heißt er einfach nur. Ne, man kann ihn nicht wiederbeleben. Der ist wirklich dead scheinbar. Oh mein Gott. Was liegt hier denn alles? Hier liegen eine Menge Mags. Das sieht aus wie geduped. Echt? Ja, das sieht irgendwie seltsam aus, als wäre das rumgebackt. Aber da wollen wir jetzt mal niemandem was unterstellen. Und ich würde sagen, ich warte kurz, bis du hier wieder am Start bist, oder? Na klar. Nice. Ja, ich bin runtergefahren, Bro. Wo bist du? Ja, bei der Stadt. Bisschen rumgeglitscht. Hier war irgendwo ein Zombie. Okay, da ist auf jeden Fall ein Player. Ja, ich habe ihn angehittet. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Yo, hello? Oh, fuck off. Der hatte gerade noch eine Waffe in der Hand und kommt dann mit der Bohrmaschine um die Ecke. Er ist in den Turm rübergeraden. Und ich habe jetzt ein kleines Zombie-Problem, Bruder. Hm. Hast du ein Lechter? Ja, ich brauche dich jetzt hier dringend. Oh, dann... Wieso ist hier keine Tür drin? Was ist denn das für ein Game? Ach so. Ja, ach so. Ah, alles klar. Okay, Bro. Ja? Am äußersten Bunker ist einer. Wird? Echt? Ja, ja, kommt mit Bohrmaschine hierher. Oh. Nur Schreckschuss, dass er nicht näher kommt. Ist es der... Der ist jetzt hier unten im Zelt. Der ist jetzt hier unten im Zelt. Ist es der Bambi-Killer wahrscheinlich? Möglich, möglich. Sollen wir Kontakt aufnehmen mit ihm? Der hier oben liegt. Können wir... Weiß ich nicht. Bambi-Killern richtig hell. Er ist jetzt hier unten am Turm irgendwo. Ja, er ist an der Leiche. Das war seine Leiche vorhin. Ah, okay. Höchst verdächtig. Habe ihn angehittet. Lass hinterher, oder? Ja, okay, lass hinterher kommen. Ich traue mich. Reden oder halt töten? Ne, sofort töten. Ja, wir können... Ja, komm, wir können reden, oder? Ja, komm. Er hat wahrscheinlich keine Waffe und looted. Da muss man jetzt nicht direkt so brutal... Ja. Was? Ich dachte schon, er liegt hier. Hallo? Wo ist er hin? Ich weiß nicht. Ich meine, er kann jetzt auch nicht so unendlich weit sein. Vielleicht im Hangar? Hm, das kann sein. Ich humpel noch leicht. Ja, du hast harte Fights, während ich mich hier geopfert habe. Ja, das waren richtig harte Fights. Da ist er. Vadis! Hallo? Warte doch mal! Warum rennst du weg? Fühlst du dich schuldig? Warum greifst du an? Was soll das? Wieso machst du KOS? Ja, was soll das, Mann? Warum? Warum? Das ist peinlich. Warum? Ich komme nicht hinterher. Habe ich ihn getroffen? Ja. Hallo? Geht doch. Das ist ein Interaktionsgame. Da kannst du überleben. Wenn du nicht redest, stirbst du jetzt noch. Bleib doch einfach mal. Wir tun doch nichts. Meine Güte. Bruder, da gibt es ein Fenster, ne? Bin dich. Was geht? Jetzt verbinde ich mal in Ruhe. Dankeschön. Hallo, hallo. Oh, nice. Endlich geht's. Cool. Mikrofon. Brauchst du irgendwas? Erst begriffen, ne? Ja, erstmal Namen checken. Und es ist Survivor 4. Ach, Survivor 4. Ah, du bist es. Genau. Du standst auf dem Dach und hast auf uns Bambis geschossen, ne? Nice. Nice. Ehrenvoll. Geil. Bambis killen. Nice. Nee, nee. Hier waren noch andere Leute. Die haben mich auch noch abgekillt. Ah, so. Dann bin ich hier zurückgekehrt. Dann hab ich die gekillt. Dann sind sie nochmal gekommen. Und dann, ja. Aber warte mal. Was haben wir damit zu tun? Eigentlich nix, oder? Eigentlich nix, ne? Ich dachte, es fährt ihr. Ach so. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir die Spirale der Gewalt hier und jetzt beenden? Oh, scheiße. Ich kann das nicht, Mann. Nee, nee. Du bist doch durch, Junge. Nee, jetzt kann ich ihn schon wieder nicht töten. Jetzt hab ich wieder mitgehalten. Ja, schwierig, ne? Also ich mein, er hat auch nur das getan, was wir tun würden. Ja, Mann. Er versucht sich zu nicht. Timo. Hey, Timo. Hey, Timo. Was geht? Heult er? Nee, also. Nee. Ja gut, dann haben wir das ja aufgeklärt hier, oder? Ja, dann ist alles klar. Möchtest du eine Waffe wieder haben? Du bist gut. Nice. Ja, ich brauche nichts. Sollte es mir so grob waren, aber wir sind halt ziemlich gereizt im Sommer. High five. No? High five. Ja, geil. Nice. Keil, Jungs. Friendly. Perfekt. Friendly, alles gut. Ja, nice, Bruder. Was machen wir jetzt? Also, nee, wir ziehen erstmal weiter. Warum Schüsse? Warum Schüsse? What the fuck? Ich werde hier angehittet. Ich wollte hier gerade hoch. Wer war das? Ich weiß es. Ja, woher soll ich das denn wissen? Oh, Timo wird auch erst... Äh... Von wo kommt das? Ich weiß nicht genau. Irgend aus dem Zelt. Ich sehe es. Ich sehe Timo. Jo. Ist es überhaupt Timo? Jo, wer war das? Wo kam das her? Egal, ich helfe dir. Nee, der. Da drin im Zelt, oder? Links im Zelt. Wo, 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 wo? Hier, 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 hier. Ist er dead? Da, Mann. Genau. Fällt mir gerade auf. Dann muss ich mit der Mc10 spielen, naja. Ja. Na ja, okay. Ist auch geklärt hier. Balota ist safe. Balota ist safe. Timo kann hier jetzt friedlich looten. Timo ist safe. Und damit würde ich sagen, machen wir den Kater, oder? Ja, Mann. Für heute, oder was? Ja. Jo, Timo. Besser ist es, Jungs. Wir müssen abhauen. Balota scheint jetzt clear zu sein. Achso, bist du nicht? Nee. Wait, warst du das nicht auf der Tat? Ich hab Timo gegrüßt, ne? Äh, ich hab Timo gegrüßt. Achso, oh. Ja, ich hab Timo gegrüßt. Hast du das auch so verstanden? Ja, am Anfang. Achso. Genau. Achso. Achso. Grüße gehen raus hier. Grüße gehen raus. Ja. Ja, geil. War mit dem Cut, oder? Ja, und wir sind uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen, oder? Nice, perfekt. Server geht down natürlich hier für das nächste Code-Log-Update. Und damit würde ich sagen, sind wir endgültig raus, oder? Perfekt. Later.